Menschen bewegen, Welt verändern, als Salz und Licht. Hoffnungsgeschichten. 100 Mal von Gott bewegt. Ein Podcast der Allianz-Mission. Japan. Mission geht durch den Magen. Chris und Say Weigel erreichen weltweit und vorrangig in Japan Menschen durch ihren YouTube-Kanal mit dem Evangelium. Als wir im Herbst 2020 zurück nach Japan reisten, machten Kontaktsperren unsere bisherige Missionsarbeit fast unmöglich. Aber Gott ließ etwas Neues entstehen. Inspiriert durch Chris' ZDF-Kochshow-Auftritte schlug uns die Gemeindeleitung vor, mit Hilfe von Kochvideos Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wir folgten dem Vorschlag und starteten unseren zweisprachigen Japanisch und Deutsch-YouTube-Kanal Chris Gasthaus. Ohne große Vorkenntnisse, nur mit einer kleinen Fotokamera und einem Stativ ausgestattet. Wir ahnten nicht, dass Gott dabei war, uns ein neues Aufgabenfeld zu geben. Nun sind über drei Jahre vergangen. Wir staunen, dass unser Kanal mittlerweile über 1,4 Millionen Aufrufe verzeichnet und weltweit Menschen einlädt, über den christlichen Glauben nachzudenken. Hier exemplarisch zwei ermutigende Kommentare, gekürzt und aus dem Japanischen übersetzt. Wunderbar zu sehen, wie die Gespräche von Freundlichkeit und Rücksichtnahme geprägt sind. Hat dies seine Wurzeln in den Lehren der Bibel? Ich möchte nun wieder in der Bibel lesen, die ich früher in der Schule ein wenig gelesen habe. Ich bin zufällig auf diesen Videokanal gestoßen. Ich habe nie speziell über die Existenz Gottes nachgedacht, aber ich denke, dass der Hinweis der Bibel, den Sie an einem Wendepunkt in Ihrem Leben erlebt haben, ein Ausdruck Ihres unerschütterlichen Glaubens ist. Zwischenzeitlich verfilmten wir auch Bibelgeschichten mit Playmobil für Kinder, aber heute stehen vermehrt Interview-Videos mit internationalen Gästen im Fokus. Sai und Chris Weigel sind Missionare in Kani, Japan. Dieser Artikel wurde mit der Stimme von Simon Dirks und der Hilfe von Künstlicher Intelligenz vertont. Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de www.hoffnungsgeschichten Untertitelung des ZDF, 2020